Wir haben einen wunderschönen Landkreis, der sehr viel bietet. Vor allem haben wir auch relativ günstige Lebenshaltungskosten. Das ist natürlich schon Anreiz, hier bei uns zu bleiben. Natürlich muss man wissen, wo sind die entsprechenden Stellen vorhanden. Hier haben wir die sogenannten Zukunftscoaches, die unsere jungen Leute, wenn sie von der Berufsschule fertig sind, kommen, vermitteln mit den Unternehmen, damit hier die entsprechenden Arbeitsplätze vorhanden und auch belegt werden. Und wir haben auch jetzt neu das Rückholermanagement angesiedelt bei unserem Wirtschaftsförderer, den Herrn Dr. Höchst.